Dieses zu veräußernde vollständig renovierte 4-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Berlin-Wiesdorf-Süd. Das im Jahr 1932 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Balkon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 831 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 133 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 329.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Auf Wiedersehen!